Hey, ich sagte nichts kaputt machen. Kaum zu glauben, was alle an ihr finden. Jetzt haben wir Stein und Meisel. Ich bin da sogar ganz alleine draufgekommen. Ein Wunder ist geschehen. Mein Mist ist Let's Play. Ich habe sie. Jetzt bloß weg von hier. Wen haben wir denn da? Reda! Es gibt einen neuen Tatverdächtigen. Äh, was hast du da, Junge? Das hier, das kann nicht sein. Magister Budiak? Was ist das? Nichts. Nimm es ihm ab und gib es mir. Nein, die Maske. Scheiße. Das, äh, das ist ganz offensichtlich ein sehr gefährliches Artefakt. Ich muss es umgehend zur Untersuchung in die Akademie bringen. Du verhörst derweil den Schweinehirten. Verstanden. Also, wer bist du? Und warum schleichst du hier herum? Ihr könnt das Artefakt nicht einfach mitnehmen. Sieh mich an, wenn ich mit dir rede. Ach, Brida. Das Kampfseminar, wir wissen, was hier Schreckliches geschehen ist. Ich dagegen bin überrascht, wie langweilig unsere Ermittlungen bisher verlaufen. Also mache es mir bitte nicht zu einfach. Sonst bin ich nur noch mehr enttäuscht. Erste Frage. Was war das für ein Artefakt? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Meinst du nicht, dass es so aussah wie eine Maske? Wo hast du sie gefunden? Sie gehört mir. Sie war plötzlich da. Sie lag hinter, hinter dem Zelt. Hm. Sie war plötzlich da. Sie lag hinter dem Zelt. Sie war auf einmal in meiner Tasche. Ich weiß nicht, wie sie da hingekommen ist. Wirklich? War das alles? Kann ich jetzt gehen? Ich finde es gut, dass du lügst. Das macht dich noch verdächtiger und diesen Fall endlich ein Stück interessanter. So. Und nun meine letzte Frage. Wer bist du überhaupt? König, er verdammt, nein, wir sind Geron. Ich bin Geron. Gut, das war alles. Du darfst gehen. Im Ernst? Ich sehe doch aus 100 Schritt, dass du harmlos bist. Oder hast du noch eine letzte Frage? Bevor du in dein ereignisloses Leben zurückkehrst. Wer bist du? Was ist hier geschehen? Der thulamedische Händler, der Ma... Star und die Masse des Steinen und des Karabeus. Warum geht eigentlich immer das Telefon, wenn ich am Aufnehmen bin? Warum? Zu glücklich bin ich jetzt mal nicht allein zu Hause. Der thulamedische Händler, der Stein und des Karabeus. Was ist mit dem Thulamiden geschehen? Das wissen wir nicht. Allzu weit wird er nicht sein. All sein Hab und Gut ist noch hier. Wir vermuten, er versteckt sich im Wald. Das Stein und der Skarabeus. Bist du gut mit Rätseln? Was für Rätsel? Wie der Stein über den Skarabeus, so herrscht der Skarabeus über den Stein. Was ist der Zusammenhang? Ähm, das kann ich dir nicht sagen. Das ist da voll was gebracht. Das kann ich dir nicht lösen. Dein Lehrmeister schien sich sehr über mein Artefakt zu freuen. So ist er nun mal. Er sammelt seltene Artefakte. Weist viel dafür herum. Angeblich einst sogar bis in den Rashtulzwallen nach Draconia. Aber genau das weiß ich nicht. Du bist Novizin an der Magierakademie, richtig? Richtig. Eine werdende Kampfmagierin. Auf ewig dazu verdammt, dem Andergaster-Adel in seinem schwachsinnigen Geplänkel gegen Nostria zu dienen. Warum gehst du nicht fort, wenn du es nicht magst? Erst muss ich meine Ausbildung durchhalten. Ich mag Brila irgendwie. Irgendwie mag ich sie. Was ist hier geschehen? Hatte ich das nicht schon erzählt? Gestern Nacht haben sich fünf Andergaster im Gasthof zum Fetten Schinken zusammengefunden, um einen thulamidischen Händler aus ihrem Wald zu vertreiben. Und so fand man sie am nächsten Morgen. Du hattest nicht erzählt, dass sie sich im Gasthof trafen und dass es fünf waren. Jetzt weißt du auch das. So, ich denke, das reicht. Mach dich vom Acker, damit ich in Ruhe weiterforschen kann. Ich denke, ich habe genug gesehen. Ja, aber nicht. Wie kann ich das löschen? Wie kann ich das alles löschen? Das ist ja nicht mehr da. Wie kann ich das alles löschen? Komm, Nuri. Ich bringe dich nach Hause. Nee, nur den unteren, vielleicht noch den Flex. Das muss gelöscht werden. Was machen wir jetzt? Hast du gehört, was die Magierin erzählt hat? Sie sagte, dass der Mob aus fünf Leuten bestand. Auf der Lichtung waren es aber nur vier Säulen. Was, wenn der fünfte entkommen ist? Es gäbe einen Zeugen. Ach, lass mich doch ein Rabe bleiben. So schlimm ist das nicht. Nicht, solange ich noch etwas dagegen tun kann. Ich werde mich mal etwas in der Stadt umhören und versuchen herauszufinden, was mit Fahi geschehen ist. Du bleibst besser hier. Ich bin eh müde. Ich werde ein wenig schlafen. Wirkst du mich, wenn es etwas Neues gibt? Mach ich. Schlaf schön. Ach, wie süß. So, wir gehen mal nach draußen. Wahrscheinlich treffen wir ein paar alte Freunde, dessen Namen mir schon wieder entfallen ist. Oh, kranger. Jeder, der anders ist, landet früher oder später hier. Wenigstens das ist mir in meiner Jugend erspart geblieben. Oh, unsere Schweine, unsere Freunde. Ach, ist das schön. Ihr hässlichen Viecher. Wenn ich Fahis Rätsel gelöst habe, sehe ich euch hoffentlich nie wieder. Nimm mal zum Wartplatz. Ich habe da eine Verbetrachtung. Gehen wir da wieder treffen werden? Nein, wo ist sie denn? Oh, nein. Aber dafür, die ich... Die Namen ist mir entfallen. Scheiße. Hilda. Genau. Ich bin Geschäftsmann. Soll ich etwa Lungen tragen wie du? Wie ich diese Hinterwildler verabscheue. Was war das? Nichts, nichts. Kann ich euch für ein paar bunte Keramiken begeistern. Oder vielleicht ein paar feine Glaswaren. Ich bin nur auf der Durchreise. Es heißt also, jetzt oder nie. Ich bin auch Händler. Ich habe aber so eine quiesige Stimme. Entschuldigung. Komm mir vor, nein. Hey, der redet aber so komisch. Da muss ich auch so komisch reden. Okay, genug Quatsch gemacht. Ähm, waren, waren letzte, letzte, letzte Nacht. Ist euch letzte Nacht etwas Verdächtiges aufgefallen? Ach, war der die auch bei euch? Welcher die? Eine meiner Glasschatullen wurde mir gestohlen. Ich konnte den Kerl nur aus der Ferne erkennen. Er trug einen langen Stab auf seinem Rücken. Verdammtes Hirtenpack. Vielleicht war es ein Zauberstab. Bei den Göttern. Das sollte ein Magier mit meinen billigen Waren wollen. Das heißt, so viel Geschmack hätte ich diesem Gesindel gar nicht zugetraut. Ich auch nicht. Nein, überhaupt nicht. Entschuldigung, ich muss das einfach machen. Ich finde das einfach lustig. Steine und Skarabriss Waren. Ihr handelt mit Glaswaren? Es hieß, in Andergast gebe es kein Glas. Nicht einmal Fenster habt ihr an diesem beschaulichen Ende der Welt. Ich kam her, um dies zu ändern. Woher sollte ich auch wissen, dass diese stinkenden Schweinezüchter kein Geld haben? Wir haben auch kein Geld, nein. Ich sage schon die ganze Zeit, das war es. Aber ich finde das immer so lustig, wie da an manchen Stellen so ein bisschen quietschig redet. Das hört sich aber vor. Ich finde das lustig. Gestohlene Waren. Was wurde gestohlen? Eine Schmuckschatulle. Aus falschen Edelsteinen. War ohnehin nichts wert, der Plunder. Warum wurde sie dann geklaut? Hab ich was gesagt? Sie war natürlich ein Vermögen wert. Dieses Quietschen. Vor allem, der ist einfach doof, der Typ. Der ist einfach doof. Könnt ihr mir etwas zu einem Stein und einem Skarabeus sagen? Handelt es sich um einen normalen Stein oder um einen Edelstein? Hm, gute Frage. Das reicht mir schon. Danke. Wollt ihr denn nichts kaufen? Nein, danke. Was für eine Zeitverschwendung. Entschuldigung. Entschuldigung. So, reden wir mal mit Rundertempel. Wir reden jetzt mit Rundertempel. Rundertempel. Juhu. Ich weiß, bin bescheuert. Krieger im Tempel mögen mich nicht. Sie halten mich für eine feige Schmeißfliege, die ihnen nur Pech im Kampf bringt. Zumindest behaupten sie das. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Badende Kinder. Wie fröhlich und glücklich sie sind. Kaum zu glauben, dass daraus irgendwann mal Andergaster werden. Achso, wir können jetzt in die Schankstube. Geron. Giacomo. Hilda. Hallo, Geron. Hallo, Hilda. Ein Glück. Ich dachte schon, ich hätte dich in deinen Untergang geschickt. Stimmt es, was man sich erzählt? Wurden wirklich Menschen in Steinsäulen verwandelt? Ja, es stimmt. Bei den Göttern. Äh, Fari? Woher kennst du Fari? Ich traf ihn auf einer meiner Reisen. Angeblich besaß er ein seltenes Feen-Artefakt, das mich interessierte. Er ist Artefakthändler? Er handelt damit, aber ich hatte nicht den Eindruck, er würde sich damit auskennen. Das Feen-Artefakt wollte er mir gar als Ritualstein aus den südlichen Dschungeln verkaufen. Ha! Er wusste gar nicht, auf was für einem Schatz er da saß. Äh, 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 äh. Verzwandlungssach? Wenn Fari nur ein einfacher Händler ist, woher besitzt er dann die Macht, Nuri zurückzuverwandeln? Ich kenne sein Geheimnis nicht, aber ich sah es mit meinen eigenen Augen. Wir saßen bei einer Tasse Thulamidengold, als er einen Topf mit einem Ehrenstrauch hervorholte und ihn vor meinen Augen in einen Kranich verwandelte. Es könnte eine Illusion gewesen sein. Nein, Geron, das war die mächtigste Magie, die ich jemals sah. Und er lächelte dabei nur fröhlich, als kostet es ihm keinerlei Anstrengung. Geron, dieser Mann kann nach beliebem Leben in andere Formen gießen. Auch ein Stein? Das nehme ich an. Oha, Traum. Was hat es mit Fahis Traum auf sich? Prinzessin Satjas Reise? Er hat mir nur den Anfang erzählt. Kennst du den Rest? Nein, aber die Schlacht, in die sie zog, war die große Schlacht in der gorischen Wüste zwischen dem Dämonenherrscher Borbarat und Rohal, dem Weisen. Ganz Aventurien rang darum, die Welt vor der Dämoneninvasion zu retten. Leider gab es nie jemanden, der ihre Taten weitergeben konnte. Warum nicht? Es gab keinen einzigen Überlebenden. Und was ist mit Satja? Hat die überlebt? Krass. Was hat es mit Fahis Rätsel auf sich? Der Stein und das Garabeus? Ich weiß es nicht. Aber vielleicht ist es der Schlüssel zu dieser ganzen Geschichte. Kann ein einzelnes Rätsel wirklich so viel Bedeutung haben? Fahis schien davon überzeugt zu sein. Lass uns über etwas anderes reden. Fünftes Chakamon. Was macht die Feenforschung? All meine Forschungsenergie fließt in die Ergründung von Nuris tragischer Verwandlung. Es ist ja schon schwer genug, ein Volk zu erforschen, das in Aventurien selbst nicht existiert. Nun muss ich auch noch einen Seelentausch zwischen einem Raben und einer Fee verstehen. Ich weiß nicht, wie ich deine Hilfe jemals aufwiegen soll. Nun, ähm, du könntest mir tatsächlich einen Gefallen tun. Sprich. Kannst du mir etwas Wein von Hildas Tresen bringen? Sie will mir keinen geben. Ich werde sehen, was sich machen lässt. Danke, Geron. Hier kannst du ihn hineinfüllen. Fünftes Moppen. Warst du gestern Abend hier? Ja, aber auf meinem Zimmer. Hier unten war mir die Stimmung zu aggressiv. Es floss viel Alkohol. Kannst du dich erinnern, wer alles da war? Hm, die drei am Nachbartisch. Und dann noch vier andere. Fünf Leute haben gestern Fahis Zelt angegriffen. Aber nur vier wurden versteinert. Der fünfte muss nun also hier im Raum sein. Nur welcher von den dreien ist es? Danke, Giacomo. Wir sehen uns dann später. Warte noch. Fahie mag sich als dunkler Magier herausstellen, aber wenn du Nuri zurückverwandeln willst, ist er inzwischen unsere letzte Hoffnung. Wovon sprichst du? Feen brauchen Feenmagie in ihrer Nähe, sonst verändert sich ihr Geist. Und Nuris Körper war lange Zeit der größte Quell an Feenmagie, den sie hatte. Das bedeutet, wenn es dir nicht gelingt, sie bald zurückzuverwandeln, wird sie bald alles Feische verlieren und alles vergessen. Sie wird vergessen, wer du bist und was ihr erlebt habt. Sie wird sogar vergessen, wer sie selbst einst war. Das darf nicht geschehen. Hast du eine Spur, was mit Fahie geschehen ist? Nein, aber gleich. Heda, wer war gestern mit dem Mob im Wald? Das sind ganz störrische Burschen. Ich werde schon irgendwie mit ihnen fertig. Ja, sonst sprechen wir mit Heda. Hallo, Geron. Hallo. Ich dachte schon, du siehst mich nicht. Hallo, Heda. Seit wann bist du die neue Schankmeid? Seit der Saatzeit schon. Vermisst du mich etwa auf dem Markt? Ich fahrt nur. Wein? Was ist das für ein Wein? Das ist roter Geron. Geron. Aus den Nordmarken. Klingt lecker, nicht wahr? Klingt eher, als schulde mir jemand eine Kostprobe. Tut mir leid. Aber das Fass hat Graf Schwendrich von Zornwort bestellt und auch schon bezahlt. Er holt es heute Abend ab. Letzte Nacht. Kannst du mir sagen, wer gestern Abend alles hier war? Alle, die jetzt auch hier sind. Und dann noch Wolfram mit seiner Schwester und zwei Freunden. Aber es heißt, ihnen sei gestern im Wald etwas zugestoßen. Danke. Mehr brauche ich nicht zu wissen. Bis später, Heda. Lass mich nicht warten. Heda müsste das Fass erst anzapfen. Hey, dann... Wart ihr drei gestern Abend auch schon hier? Fragt wer? Jetzt sagt schon. Wart ihr? Wir sehen nichts an. Wir waren alle drei hier. Die ganze Nacht? Die ganze gottlose Nacht. Hm. Die ganze gottlose Nacht. Der kann von dir in Holzfälder ausfragen, Torwälder ausfragen, schlafende ausfragen. Ja, lass mich schlafen mal schlafen, weil ich kenne das immer so, wenn man schläft oder niemand was von einem will. Das ist immer eine ganz scheiße. Holzfälder ausfragen. Du machst einen sehr entspannten Eindruck. Mein Vibe hat mir heute freigegeben. Und das, nachdem ich mir gestern die halbe Nacht beim Zechen um die Ohren geschlagen habe. Eine gute Frau. Hast du nur getrunken? Nicht viel. Ich musste doch mit meinem Freund hier Karten spielen. Wer hat gewonnen? Na, ich. Der Penner hier war viel betrunkener als ich und musste ständig raus dann. War er lange weg? Nein, überhaupt nicht lang. Aber lang genug? Ja. Man sollte einen erfahrenen Spieler niemals während einer laufenden Partie ganz allein am Tisch zurücklassen. Eine teure Lektion. Aber notwendig. Mhm. Warum starrst du den Jungen so an? Ich zähle die Läuse auf seinem Kopf. Ich lenk mich nicht ab. Hast du das gestern auch schon gemacht? Nein. Gestern lag ich in meinem Saft und hab meinen Vater zu einem stolzen Mann gemacht. Weiß Waffen hier. Hab ich viel gesoffen. Du warst also den ganzen Abend hier? Ja. Genau an diesem Fleck. Eda, aufwachen. Aha. Wo warst du gestern Nacht? Karten gespielt. Und? Gut getrunken. Den ganzen Abend? Weiß nicht. Vielleicht. Ich glaube, einer von euch lügt. Und wer soll das sein? Der Holzfühler lügt, der Torwärter lügt, die Schlafmütze lügt. Äh. Ich bin mir nicht sicher, aber ich finde es noch heraus. Du holst es wieder nachher. Du hast also deinen schlafenden Freund beim Kartenspiel ausgenommen? Ja, jedes Mal, wenn er mich ganz allein am Tisch gelassen hat, kam er als werdender Verlierer wieder zurück. Das zeigt, wie unerfahren er ist. Im Spiel wie im Alkohol. Ähm. Du lagst also den ganzen Abend besoffen auf dem Tisch. Ist das ein Verbrechen? Nein, nein, ich frage nur. Du hast den ganzen Abend hier Karten gespielt und getrunken? Weiß nicht. Vielleicht. Mehr werde ich aus dem nicht rausbekommen. Ich re-konfrontieren. Einer von euch wollte gestern Nacht helfen, die Tulamiden im Wald anzugreifen. Und ich will wissen, wer. Verschwinde. Hier verpfarrt keiner keinen. Genau. Hm. Wenn ich ein Geständnis will, dann muss ich geschickt davor gehen. Ich glaube, einer von euch lügt. Und wer soll das sein? Die Schlafmütze. Die Schlafmütze da. Und woher willst du das wissen? Das Einzige, er gibt keine klare Antwort. Er wird gedrückt Verdacht zurückziehen. Er gibt mir keine klaren Antworten, weil er schläft. Komm. Lass ihn in Ruhe und hau endlich ab. Mist. Schweinebraten. Was machst du da? Ich suche was. Das Ding vom Arbeitsabend, das man auch nie gelesen hat. Schön knusprig. So. Also falls sie gerade hinter Geräusche hört, meine Mama ist hier. Die sucht hier noch was. Und wir sollen ein Weinfass anzupfen, ne? Ich weiß nicht, wie wir das machen wollen. Weiß nicht mehr, wie es geht. Aber an dieser Stelle beende ich diese Aufnahme. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Und tschüss. Bis dahin wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. 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 Vielen Dank.